Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft New Leaf! Wir sind in einer neuen Map-Erklärung, gab es in der letzten Folge. Falls ihr nicht aufgepasst habt, oder falls ihr neu dabei seid, kann er auch sein. Und ja, dafür haben wir jetzt aber ein wunderschönes Biom gefunden, einen wunderschönen Ort. Ich habe letzte Folge ewig damit verbracht, mir zu überlegen, wo genau ich jetzt hier wohne. Hab mich letztendlich entschieden und hab angefangen ein Häuschen zu bauen, das wir hoffentlich diese Folge im Grundgerüst fertig kriegen. Und ja, PC leckt ein bisschen, leckt alles gerade, weil es so ein Aufbau ist. Und mit diesen neuen Kreaturen von dem Mock-Q-Ageus-Mod ist es momentan ein bisschen laggy, ein bisschen... Ja, bitte? Kommt so ein riesen Leck... Okay, das Biom leckt richtig, vielleicht sollte ich kein Holz holen gehen in nächster Zeit. Gut, PC! Gut! Ist gut, ich fasse nicht mehr an! Oh, da sollte ich auch die Spawn-Rates von diesen Tieren wieder runterstellen, weil es einfach so... Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Wer hatte schon alles ein Wildschwein im Haus, weil er kurz weggeguckt hat? Schreibt es in die Kommentare. Blödes Wildschwein. Aha, yeah. Die Vögel sind so laut. Wird es schon wieder Tag? Ich glaube, die werden zu Tag, zu Tage immer, wenn Tag wird, immer so lauter so rot. Egal. Das war so hoch. Das muss weg. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es muss weg. So, 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 so. Ich bin gefallen. Tra-la-la-lo. Kriege ich jetzt dann das hier? Au. Gut. Hi. Willst du bitte gehen? Tut mir leid. Du hast das Kaninchen getötet. Das tut mir nicht leid. Ich müsste mir irgendwann mal eine Tür einbauen. Und dann soll ich immer durchs Fenster. Ähm. Übrigens Fenster. Hier noch. Gut. Ich sollte mir auch Fackeln machen, weil... Hm. Warum bin ich... Warum gehe ich für Fackeln hier ran? Ich würde mir einfach nur Kohle rausnehmen. Gut. Kriege ich noch? Ja. Vier reichen erst mal. Gib mir Fackeln! Ups. Oh. Es brennt zwar nicht, aber es leuchtet. Schön. Wow. Die bringen ja extrem viel in diesen Shader. Aber ist egal. Es ist erleuchtet. Ich bin erleuchtet! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Machen wir eine Doppeltür. Ich finde eigentlich so... Ha! Wie finde ich das schön? Oder machen wir hier so eine Tür raus? Eine Einer- oder eine Zweiertür? Hm. Nee, warte mal. Ich mache das in die andere Richtung. Ich gehe nie in diese Richtung raus. Ich gehe immer, wenn dann hier... Machen wir hier einfach erstmal eine Einer-Tür? Oder eine Doppeltür gleich? Ja, machen wir hier so. Ich hätte die gern... Hm. Gucken wir mal, ob die irgendwann verschönern können. Auf jeden Fall haben wir erstmal hier eine Tür. Also die Tür haben wir noch nicht, aber wir haben einen Platz für die Tür geschaffen. Wir haben ja noch keine Fenster, von daher passt das. Ich versuche nochmal da hinten hinzugehen, ohne dass mich die Legs des Todes stören. Hallo, ich brauche nur euer Holz. Ich holze nur den Regenwald ab. Ja, ich bin eine große Firma. Ich muss die ganz kurz abholzen, weil der Regenwald mir gehört, weil ich Geld habe. So. Perfekte Erklärung. Das war irgendwie gerade Wirtschaft in a nutshell. For you. Only for you. And for you, babe. Yes. For you. I know my English is the very yellow form of the pig. So I kill this bitch and kill his mother and his... Grandfather, too. And now we have bacon, because bacon is delicious. I like bacon. Everybody likes bacon, so pigs have to die, so we can eat Rattenfleisch. Ja. Super, jetzt habe ich auch noch Dönerspieße erklärt. Jetzt werde ich gehatet. Gut. Warum ist das so ein verzweigter Baum? Warum habe ich mir den ausgesucht? Und warum stelle ich so viele Fragen? Und warum antwortet mir keiner diese Fragen? Kinder wollen so viel Bisschen tragen, kann man nie genug. Ach, ich mag den Song. Von euren Müttern. Also nicht von euren Müttern, sondern von euren Müttern. Das ist eine... Ach, egal. Gut. Ich habe einen Apfel. Kommt drauf an. Von welchen Tector Packs... Äh, seid ihr vom Mock VHs oder seid ihr normale? Mist, Vieh. Du bist normales. Lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht. Ich kann jetzt aber auch Sättel... Ich muss was gucken. Dani muss was gucken. Dani muss was gucken. Ähm. Da, Sattel. Äh, nein. Nicht das. Da. Nein, ich werde es nicht mehr eingeben. So. Sattel. Leder und Eisen. Habe ich Leder? Kühe! Hier waren doch vollen Kühe. Kühe! Oh. Ich war da geblendet. Sag mal, gibst du... Ne, ich habe kein Leder, glaube ich. Ist da hinten? Das ist ein Zebra. Wo sind die Kühe? Wenn man sie mal braucht. Hier sind sie. Endlich machst du was gut. Nämlich zum Sterben. Damit ich reiten kann. Hm. Hm. Hier waren doch vollen Kühe. Oder nicht? Jetzt sind's Pferde. Ihr wollt mich doch auch bearschen. Da ist eine Kuh. Hallo. Ja, ich mag dich. Sorry. Ich will dich jetzt mal besiegen. Gibt's mir Holz? Ich kann den gar nicht töten, oder? Okay. Oh, die Vögel sind so laut. Ich hole noch ein bisschen Holz nebenbei. Ich meine, dann ist diese Suche nach den Kühen nicht ganz so nutzlos. Beziehungsweise, was heißt nutzlos? Wenn wir Kühe finden, können wir uns einen Sattel machen. Ich mag Sattel. Da kann ich drauf reiten. Ja, ja, ja. Das ist ganz wichtig für mich. So. Nehme ich den noch. Ich sollte auch noch die Birken nehmen. Das Holz mag ich lieber. Das hätte ich gern für den Fußboden. Überall Zebras. So viele Zebras. Und da ist wieder ein Nest. Oh, müssen wir hoffen, dass wir ein Ei rauskriegen. Ich wäre ein Ei. Und dann, wenn man das Ei, das Ei muss man wirklich, muss man, glaub ich mir, muss man auf den Boden schmeißen. Und dann hat man eine gewisse Chance, dass ein Vogel rauskommt. Da ist ein Ei drin gewesen. Ich hab's genau gesehen. Gib mir her. Was ist das? Ernsthaft? Ein Phönix-Ei? Bei meinem Glück wird das eh nichts. Ich werde keinen Phönix hinkriegen. Aber ein Phönix-Ei? Das muss man sonst kraften. Okay, ich krieg das nicht hin. Ich werde das nicht schaffen. Da wird kein Vogel drin sein. Da kommt er übrigens auf die Idee, Vögel auszubrüten, indem man sie irgendwie auf den Boden knallt. Es gibt aber auch keine Ei-Ausbrütmaschine oder sonst was. Also, wenn ihr sowas erhofft habt, nein, gibt es nicht. Es tut mir leid. Aber wenn man dich tötet, du gibst auch Leder. Tut mir leid. Und dich gibst mehr als Kühe. Ich hätte sogar recht. Wie viele brauche ich nochmal für den Sattel? Vier. Hab ich. Perfekt. Meine jahrelange Duche ist vollendet. Diese jahrelange Suche, die zwei Minuten ging. Ihr wisst schon, die meine ich genau. Zebras kann man irgendwie erst zählen, wenn man so ein richtig cooles Pferd gezähmt hat. Das habe ich mal in so ein Tutorial gesehen. Die wollen erstmal so, dass man sich für würdig erweist, um sie reiten zu können. Verständlich. Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und da ist... Oh, geht es da tief runter? Ja, geht. Ups. Vielleicht sollte ich eine Wüste oder so finden, weil ich will hier keinen Sand wegnehmen für die Fenster. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Oh, ein Häschen schwimmt da drin. Häschen. Und du trinkst was, ne? Du denkst, du kannst Häschen mobben? Du wolltest wieder das Häschen mobben. Er wollte wieder das Häschen mobben. Er wollte das Häschen mobben. Das Häschen. Das kleine, süße Hoppelbunny. Warum gehe ich eigentlich hier lang? Einfach nur, weil hier meine Tür werden soll? Ich könnte auch durch die Fenster springen. Joa, komm zu mir, Häschen. Ich beschütze dich. Ich töte dich nur, wenn ich Hunger habe. Ich brauche vier, ne? Äh. Fünf, meine ich. Ich kann nicht zählen. Ich bin dumm. Ich muss noch ein Häschen töten. Ein Häschen töten. Häschen. Häschen. Ich nenne mein erstes Fett Horst. Horstchen. Hi, Horst. Du hast nichts getroppt. Ich hasse dich, Horst. Oh, du bist ja eine weibliche... Ne, du bist ein Baby, Wutzwutz. Kein weiblich. Sorry. Weil, das ist ja auch ein weibliches Baby. Was ist da hinten? Der Bär. Der Bär, der Bär. Ich töte ein Zebrä. Wann habe ich eh genug hier? Zebrä. Zebrä. Stirb. Stirb. Ernsthaft. Ernsthaft. Horsel. Horsel. Ernsthaft. Es tut mir leid. Aha. Leder. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Ich bin zuvor nach Hause zu laufen. Ich baue mir nochmal ein Crafting Table hier. Ich fühle mich wie in den Endergames. Da muss ich auch andauernd was bauen, weil ich zu voll bin. Gut. So. Fünf. Nein, keine Kappe. So. Gut. Wehe, das klappt nicht. Dann töte ich ein Pferd. Mal wieder. Hi. Hi. Blödmann. Hi. Ich will nochmal auf dir reiten. Ich will nochmal. Hey. Bist du lieb? Nein. Bist du jetzt lieb? Sei lieb. Sei lieb. Ja, es mag uns. Ich will das nicht lieben. Nein. Es kann den Sattel nicht nehmen. Ähm. Komm mal her. Nein, der Sattel passt nicht. Du bist doof. Geh weg. Da haben wir wieder eine Art Verwandten getötet. Ich brauche echt ein Feld aus dem Mock Creatures Mod. Sonst bringt das nichts. Und wie erkenne ich die nur? Nein. Gut, aber wir haben schon mal einen Sattel. Sehen wir das Positive da drin? Wir haben einen Sattel. Und Pferde getötet. Okay, das ist nichts Positives. Wir haben Pferde getötet. Echte Pferde. Nicht diese Gefälschten von Adidas. Echte! Das wird so ein Shitstorm werden. Gut. The show must go on. So I must build. Shit. Das Dach to end. So I can wohn in here. Yeah. That's what I said. What you say. Oh, what I'm gonna end away. Das ist ganz süß, finde ich es ja auch, wenn Leute sagen so, ey Dani, musst du in deinem Let's Play so viel reden? Äh, ja. Ja, ja, muss ich. Ja. Schön, dass wir es geklärt haben. Äh, ja. Irgendwie wäre es auch cool, so ein, mhm. Hier geht's runter. Kann ich erdrehen? Ja. Irgendwie wäre es cool. Ja, Dani, was wäre cool? Äh, das fände ich auch cool. Ja, ja. Nee, ähm, ein Glas da. Jetzt habe ich es. Aber, nee, vielleicht lieber. Ich will niemals eine zweite Etage. Vielleicht einen kleinen Anbau noch. Weil, es ist schon ziemlich hoch. Finde ich. Halt, es soll ja nur das Hauptgebäude werden. Es soll ja nicht so viel. Der Zoo wird noch viel mehr. Da können wir noch, keine Ahnung, Souvenirstände oder so hinbauen, die dann halt von der Imbissbuden, die dann halt als Lager für bestimmte Sachen gelten. Dass halt so Imbissbuden so Essenslager sind und das dann halt so Souvenirstände, die sind so für Krimskrams, wo ich nicht weiß, wohin damit. Fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir das so machen würden, oder? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Aber es ist ja noch lange, lange hin, bis wir wirklich was Anständiges auf die Beine stellen können. Wie dunkel es jetzt wird. Weil ich hier wirklich jedes Licht aussperre. Vielleicht geht ja auch gleichzeitig dazu die Sonne unter, denke ich. Ja. Sonne ist am Untergehen. Wir haben, glaube ich, schade, wir haben nicht auf Sonnen unten und Aufgänge die Fenster, glaube ich. Vielleicht machen wir einfach da hinten dann noch Fenster hin. Aber wir haben welche auf dem See. Der See ist auch echt schön. Ich will Türen. Ja, das kriegt man neuerdings immer drei Türen raus. Vor allem, wer braucht drei Türen? Zwei verstehe ich, aber drei ernsthaft, wenn ihr spielt, braucht ihr drei Türen? Nicht, ja nicht. Sollte ich mal... Ich habe Angst, das Königseil zu werfen. Oh fuck, es steht. Was soll ich machen? Ähm. Ähm. Was? Was soll ich machen? Ich... Pfff. Instinktiv. Instinktiv. Ich habe jetzt einfach Fackeln drum gestellt, weil... Ausbrüten? Ich weiß nur, dass man die hinklatschen muss. Ich wusste nicht, dass man ein Phönix irgendwie ausbrüten muss. Was muss ich machen? Muss ich es wenden? Muss ich es in ein Feuer stellen? Darf ich es anfassen? Kann ich es abbauen? Oh Gott, nicht. Okay. Äh. Hilfe. Das kann eine gute Sitcom werden. Der Hase. Ich. Und der Phönix. Der Hase, der Phönix und ich. Sitcom. Beste. Hier ist hier. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Und wenn er hier schnüpft, dann reißt er mir hier alles ab. Es ist ein Phönix, verdammt. Was machen wir? Du bist der Vater. Mach was. Wie schön vor allem, dass der Hase bei mir eingezogen ist, nachdem ich ihn mehrfach das Leben gerettet habe. Was mache ich mit diesem Ei? Nein. Nein. Ich will kein Ei. Ich bin doch nicht bereit, Mutter zu werden. Okay. Was mache ich mit dir nur? Okay, ich stehe drauf. Ich stehe drauf. Das ist nicht gut, oder? Ähm. Äh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, Hase. Du musst mir helfen, Hase. Ich werde einmal den Boden hier austauschen, soweit es geht, und dass ich das Ei, äh, nerve. Bei dem, was immer er es auch gerade tun möchte. Schlau, dass ich hier vorher... Ach, egal. Das ist eben Dani. Dani ist dumm. Die ist nicht schlau. Ach, Hase. Wie? Wie? Jetzt, wo du Vater wirst, wirst du mich verlassen. Jetzt, wo du mir das Ei angehängt hast. Bist du ein Mistkerl? Typisch Männer. Typisch Männer. Jetzt verlässt er mich also, ne? Jetzt. 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 Jetzt, wo ich ihn bräuchte. Okay, gut. Wir schaffen das. Wir ziehen das Ei auch alleine groß. Oh mein Gott. Ich denke, ich mache alles falsch. Ich bin nicht bereit für Eier. Ich werde alles falsch machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß doch nicht, was so ein Ei braucht. Ach. Jetzt kommst du wieder angeschleimt, ne? Ja. Hat sich dein Chef das Wild schon wieder genervt? Oder willst du nur deine Sachen holen? Kannst du deine Sachen packen? Geh. Ich freu dich auch nicht mehr. Man schenkt dir die besten Minuten seines Lebens und er verlässt ein. Mistkerl. Ja, schau ruhig hin, was du da getan hast. Das ist auch dein Ei. Ja. Mistkerl. Ich habe nicht mehr genug Holz. Nicht mehr mehr Holz können wir uns leisten. Das ist alles deine Schuld. Mensch. Frag deinen Chef doch mal an der Gehaltserhöhung. Sei doch mal ein richtiger Mann. Mach mal was. Geh dich nicht immer nur besaufen. Okay, gut. Aber ich glaube, so ganz falsch machen wir es nicht. Weil es existiert irgendwie noch. Also wenn mein Haus in Flammen steht, dann weiß ich, dass ich was falsch gemacht habe? Oh Gott, ich will es nicht verlassen, aber ich brauche Holz. Ich habe ein Ei. Nein. Ach, sei doch still. Das ist auch alles deine Schuld. Oh nein, du warst kein Vogel. Alles eure Schuld, ihr Vögel und Tiere. Ich kann doch noch gar nicht auf ein Ei aufpassen. Ach, Mann. Ach, ja. Und, Leute, wie ist es bei euch so? Ich hoffe gut. Habt ihr auch Eier? Schreibt sie in die Kommentare. Nein. 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 Das hört sich falsch an. Dani. Ich glaube, das sagst du aber auch jede Folge, ne? Das hört sich falsch an. Das ist so dein Lieblingswort. Tu ich dir weh? Ne, ne? Der ist auch hübsch. Und lieb. Es soll auch Trolle geben, habe ich gehört. Aber wahrscheinlich jetzt nicht, weil ich ja gerade in Friedlich-Modus bin. Weil ja einfach nichts geklappt hat im Nicht-Friedlich-Modus. Weil ich ja einfach alles versaut habe und gestorben bin wie sonst was. Wirst du ein altes oder ein neues Pferd? Das ist, glaube ich, ein Morg-Creatures-Pferd. Wenn ich jetzt einen Apfel hätte. Ich fähre nochmal mal ein paar Bäume. Vielleicht riech ich einen Apfel raus. Komm schon. Gib mir ein paar Bäume. Mami will ein paar Bäume haben. Warum sind die Pferde gerade so? Ich glaube, ich kann die mit Apfel zähmen. Aber ich habe keinen Apfel, ne? Ne. Ich will einen Apfel. Ich habe doch keinen. Nimm das Holz. Dann nimm eben nicht das Holz. Aber ich habe keinen Apfel. Ich werde immer ein bisschen weiter abholzen und warte darauf, dass die Blätter despawnen. Vielleicht kriege ich dann... Was war das? Ich habe gerade irgendwas gehört. Sind das die Wildschweine? Das hatte ich gerade ganz komisch angehört. Sind... Ah. Ein Tiger. Bist du friedlich? Du bist hübsch. Oh, ist der schön. Ein weißer Tiger. Hi. Töte nicht das Pferd. Das brauche ich noch. Wenn du das vertötest, muss ich dich töten. Das will ich nicht. Ich habe was eingesammelt. Aber kein Apfel. Schade. Hm. Setzlinge will ich gar nicht. Gib mir Apfel. Gib mir Apfel. Ich will Apfel. I need Apfel. Apfel. Apfel is what I need. Hey. Please. Please give me a little Apfel to me. Komm schon. Jetzt sind wir den Kaffee. Wo ist das Pferd hin? Oh nein. Gib mir einen Apfel. Oh. Jetzt leckt es. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Vielleicht kommt ein Apfel runter. Ich will doch nur einen Apfel. Ist das zu viel verlangt? Ich finde, dass es nicht zu viel verlangt. Also gib es mir doch einfach und ich gebe Ruhe. Hi, hübscher. Na? 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 Oh. Kann ich den zähmen? Komm mal her. Fleisch. Du magst Fleisch. Nimm Fleisch. Oh. Böser Tiger. Böser Tiger. Guter Tiger. Guter Tiger. Nicht knorren. Guter Tiger. Sagt ein Tiger niemals, dass er böse ist? Oder er wird böse? Ja. Ich will nur einen Apfel. Nur einen. Gäbe mir. Einen Apfel. Komm schon. Einen. Ich fahre jetzt mal raus, sonst sehe ich, wenn ein Apfel kommt. Gib mir. Gib mir einen Apfel. Kein Apfel. Ich will das Pferdchen haben. Gib mir Äpfel. Oh, Nest. Habe ich ein Ei? Nee. Tropf nicht immer ein Ei. Schade. Seid friedlich. Ich will das Pferd haben. Oh, Napfel. Ach, sei still. Jetzt geht nicht immer nur um dich. Jetzt will ich mal gucken. Ist das nochmal das Pferd gewesen? Hallo? Ja. Komm her. Komm her. Guck mal. Ja. Schuss dir Pets name. Boris 2. Boris. Boris. Warum hast du mich verlassen? Oh. Ich habe meinen Sattel nicht dabei. Boris. Sei brav. Verlass mir dich auch noch, Boris 2. Ich hole den Sattel. Oh, bitte Boris. Wenn Boris 2 gleich tot ist, wenn ich zurückkomme, töte ich diesen Tiger. Ich werde ihn vernichten. Wie er Boris vernichtet hat. Boris 2. Der Boris-Eis ist ja im alten Let's Play geblieben. Dir geht's gut soweit? Denke ich. Ich weiß es nicht. Wie sagt man ein Ei? Ach, schön. Du lässt dich auch mal wieder blicken. Ne? Ja, dann guck mal nach deinem Ei. Undankbar. Dich füller man jahrelang durch. Boris 2. Ich komme. Ich habe mir natürlich das hässlichste Pferd ausgesucht. Ich weiß. Aber Boris. Ich werde ihn gut behandeln. Und er lebt sogar noch. Oder das ist. Ach, Boris. Geh weg von Boris. Du wolltest ja... Ach, Boris. Boris. Ja. Perfektes Pferd. Oh, ja. Wie schön das ist, ein Pferd zu haben, das keine so schell Sprungleiste hat. Hier, mal gucken, ob das Pferd mit mir schwimmen geht. Die anderen Pferde... Das schwimmt sogar. Ihr anderen scheiß Minecraft-Pferde. Nehmt euch da rein, mal ein Beispiel. Das ist ein gutes Pferd. Schaut euch das an. Das ploppt nicht weg. Oh, ja, eine Schlange. Pass auf, Boris. Boris. Gut. Wir haben ein Phönix-Ei und wir haben Boris 2. Ja, und du verpisst dich mal wieder, ne? War typisch, Mann, hier. Und wir haben ein ehrloses Kaninchen, das ab und zu mal vorbeischneidet. Wir sind echt eine coole WG, muss ich sagen. Komm, Boris. Ich stelle dich vor. Boris, das da ist Ei. Ei, das ist Boris 2. Wir reden nicht gerne darüber, was mit 1 passiert ist. Gut. Boris, schöne Dinge am Ende. Wir müssen arbeiten. Du musst auch an dir arbeiten. Ich hätte gerne eine Schleimkugel, dann könnte ich eine Leine machen. Oder gibt es hier irgendwie noch ein Rezept für Leinen mittlerweile? Ähm, Leine. Ne, es gibt nur das, ne? Äh, was ist das passiert? Ach, nicht, ich wollte nicht er eingeben. Ich wollte nur gucken, wie man schraftet, ob ein neuer Schritt schafft. Hör auf zu legen. Hör auf zu legen. Du darfst nur legen, wenn der Phönix ausschlüpft. Sonst verbiete ich es dir. Äh, Boris? Okay, Boris hat die Zeit genutzt, um wegzul... Boris! Nein! Ah! Du bist genauso wie der Hase! So, ne? So einfach meiste er aber nicht. Kommst du nicht mehr durch. Scheiße, ne? Du verlässt mich nicht! Oh, ich wollte absteigen. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob die Leine, aber, äh, ja. Minecraft ist gerade ein bisschen laggy, wie normal. Aber das muss ich unbedingt fixen in den nächsten Folgen. Ich denke mal, ich habe jetzt momentan in Minecraft-Ziel zu viele Mods zugemutet. Muss ich mal gucken, was ich mache. Ich finde die Mods, die wir haben, eigentlich ganz schön. Ich gehe mal hier so nah an das Ei ran, wie ich mich traue. Ach, als Maul, Boris. Du wolltest es wieder ganz anders machen, ne? Typisch Männer. Aber machst keinen Anschlag im Haushalt. So. Den Rest lassen wir mal stehen für, äh, das Ungeborene. Ich wusste doch nicht, dass sowas passiert. Mich hat niemand gewarnt, wisst ihr? Als ich Mutter wurde von einem Phönix-Ei, hat niemand gesagt, Oh, Dani, du musstest übrigens ausbrüten, ne? Das ist eine Besonderheit. Das hat niemand gesagt. Niemand. Und jetzt stehe ich hier. Alleine. Ohne Hase. Nur mit Boris und dem Ei. Boris ist auch keine Hilfe. Ja, komm, besser als nichts anderes, ne? Ich weiß nicht, was ich mit dem Ei machen soll. Boris, sei lieb. Es ist ein Baby. Nein. Hör auf, aufzumucken. Uah, das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch nur den neuen Fußboden reinmachen, Boris. Es geht nicht immer nur um dich. Sei nicht gleich wieder beleidigt. Kerle. Ja, ja, ja. Ja, ja. Brauchst du jetzt auch nicht mehr sagen. Ist mir egal. Ich hör dir gar nicht zu. La, 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 la. Oh, guck mal. Ich passe durchs Fenster, denn ich bin nicht fett. Bis gleich. Leute, man streitet sich in einer Beziehung mal. Das ist ganz normal. Vor allem, seitdem der Hase da hinten wieder rum... Ne, das ist er gar nicht. Oh, ist mein Hase. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn sehr. Manchmal mehr. Manchmal weniger. Momentan mehr. Ich werde jetzt hier erst mal das so ein bisschen ausfüllen. Ich denke mal, mit Boris haben wir einen guten Hasenersatz. Auch wenn er auch nichts tut. So. Haben wir das auch wieder aufgefüllt, das Creeperloch? Ich weiß gar nicht genau, wie es war. So. 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 Gut. Einigermaßen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ei machen soll. Raucht es weniger? Ne. Ich weiß es nicht. Muss ich damit irgendwas machen? Ich habe noch eine Fackel. Ich hoffe, es ist richtig, was ich mache. Es ist halt ausbrüten, oder? Du brauchst gar nicht mitreden. Tut mir leid, Boris. Ich wollte nicht so gemein zu dir sein. Ja, ich mag dich auch. Ich will dich nicht verlieren, Boris, weißt du. Ich habe dich doch lieb. Ach ja. Was kann ich nur in den nächsten Folgen machen? Ich muss auf ein Ei aufpassen? Auf ein Pferd? Ja, ich weiß. Du kannst recht gut auf dich alleine aufpassen. Aber was ist mit dem Hasen? Ich darf mir sorgen. Was ist, wenn das Wildschwein ihn wieder gemobbt hat? Hast du ihn wieder gemobbt? Vielleicht ist er auch tot. Vielleicht hat das Wildschwein ihn getötet. Ich schwöre dir, wenn du ihn getötet hast, bringe ich dich um. Wirklich. Ich mache es. Ich tue es. Oh, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich es hier so ein bisschen schöner mache. Was ist denn, Boris? Schlüpft das Ei? Ach, Boris. Er ist die gute Seele im Haus geworden. Geht's dem Ei gut? Gut, Boris. Ich hätte irgendwie Lust auf Boris ein bisschen auszureiten gerade. Ich will einfach die Gegend ein bisschen erkunden. Komm mit, Boris. Einfach so ein bisschen. Und da treibst du dich wieder mit den Waschbären rum? Nee. Sag nicht, es ist nicht so. Ich habe es genau gesehen. Boris. Ich mache dir weg, Boris. Ich... Boris. Boris. Ich mache dir weg, Boris. Du bist ein weißes Pferd. Du bist auch hübsch. Ach, Boris. Er treibt sich immer rum. Ich glaube, manchmal er liebt mich nicht. Und ich glaube, manchmal die Welt leckt, weil sie sich so schnell aufbauen muss. Ach, Boris. Wenn ich dich nicht hätte, dann wüsste ich manchmal nicht mehr weiter. Ich will das weiße Pferd irgendwie haben. Hallo. Ich brauche dafür aber eine neue Axt, weil ich nichts mehr habe. Das kann einfach hochspringen. Ich will mir jetzt wirklich fliegen. Das ist nämlich auch so. Ich brauche auf jeden Fall ein weißes und ein schwarzes Pferd erst mal. Ja, die muss ich züchten und ich habe mir sagen lassen, ich kann einen Pegasus haben. Und wenn Dani sich sagen lässt, die kann einen Pegasus haben, möchte Dani auch einen Pegasus haben. So ist es einfach. Ich möchte fliegen können. Oh ja. Ne, Boris? Das sind so Insekten wieder. Komm, wir vergessen den untreuen Hasen. Wir gehen. Nach Hause. Zu Hause ist es immer noch am schönsten. So lange es nicht abbrennt, weil wir einen Phönix ausbrüten, weil wir nette Menschen sind. Aber ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mehr von... Boah, jetzt geht doch runter! Mehr von Minecraft... Ja, ja, spiele ich nur auf. Von Minecraft No Leaf sehen wollt, dann gebt doch einen Daumen nach oben und kommentiert fleißig. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.